Ist das eine Karnevalsorden? Das ist ein Karnevalsorden aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf? Aus Düsseldorf, ja. Auf dieser Rheinseite? Das gibt aber eher. Fünf Euro, weil er aus Düsseldorf kam. Ich denke, Sie dürfen sich mit dem Ding sowieso nirgends erwischen lassen und bieten Ihnen sieben Euro an. Dann mach ich noch zehn. Machst du noch zehn? Nur um den Christian zu zanken. 20 Euro. Das ist ja... Wisst ihr was? Sagen Sie einfach, was Sie haben wollen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen 60 Euro. Ui. Ach, weißt du was? Ich mach die 60 Euro. 65 Euro. Ist doch unfassbar, oder? Also wir finden es gut. Ihr könnt gerne so weitermachen. 70 Euro. Jetzt hab ich euch noch ein Zehner rausgeholt. Jetzt muss es gut sein.